Das ist nicht gesund hier, wenn ich jetzt da durchgehe. Das kann man auch wieder aufmachen. Na toll, dann können wir uns doch erst nochmal da umsetzen. Ich glaube, ich muss mich jetzt nicht übereilen. So, was gibt's denn hier? Nix. Doch da. Juhu! Na ja, wie schön, dass es mir zugeht dann. Ich hasse euch. Wie schön, die wecken es dann jetzt. Sag mal! Wie schön ist denn noch? Töööööö, plutôt! Kleine, miese Viecher sind das. Oh! Explosive. Gar nicht heranschlagen! Nicht L.A. Nein. Pui! Böser erlegt. Das geht nicht kaputt. Aua, kommt direkt auch noch zwei, ja? Das ist eine Mine. Nehmt er noch? Nein. Aber wie machst du das jetzt hier? Kann schon drunter durch? Ja, kann ich. Sehr gut. Natürlich, da kommt man nicht durch. Nein. Oh, nein. Aua. Das ist besammt. Ich mag die nicht. Oh, cool. Was ist das, Mac? Sehr schön. Hier mitten in der einen Ebene so eine mega Cafeteria. Ice cold. Oh, so ein Hamburger oder eine Pizza. Oh. Lebt da überhaupt noch jemand? Ne, sieht nicht so aus. Kann man da rein? Ach, Moment. Wenn wir jetzt da durchspringen. Genau. Einmal Munition. So. Wo ging's denn? Ach so. Verstehe. Ja, ich weiß. Ich laufe manchmal dreck zusammen. Das war mir mal kaputt. Du bist kaputt. Komm, hier muss doch irgendwo was drin sein. Das ist Half-Life. Hier ist immer irgendwo was drin. Alles kaputt machen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, fuck. Beim Nachladen erwischt. Hallo. Das ist auch nichts für mich, gell, Kiste? Boing. Boing. Oh, nein. Oh, fuck. Mein Kopf kann sich nicht richtig umdrehen Einmal Zweimal Und alle aus Oh Interessant Hallo Freeman Who would have thought you'd still be alive Don't you find us all rather fascinating Let's teamen So ich schalte jetzt erst Gucke erstmal bevor ich die mitnehme Was Now under military command Oh oh Power 55% Die werden schon mal nicht gerade Die waren schon mal nicht gerade Äh Die waren Die sehen doch relativ tot aus I'll stay here I'm going to stay here And wait for my colleagues Okay Die kommen nicht mit Kann man nicht kaputt machen Schade So Granaten haben wir ja noch Also wir sind jetzt mit dem militärischen Kommando Oh Rescued So Kann man da nichts drücken weil das so schön leuchtet Nein Blödes militär Oh Oh Aber eine verdammt schicke Waffe Was wir haben schon granite launcher Nein Wollte gerade sagen Ab nach oben So wie Bo Okay, den haben wir. So, jetzt können wir auch die nehmen. Gebt mir Zeug, ich brauche es. So, hier speichern wir mal mit 100 zu 100. Und dann stand hier oben noch einer rum, jawoll. Munition alles, alles schön. Du, 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 du. Ich hab was zu essen für euch. Wer ist das? Ah, Gewicht. Alles gut, war echt gut. Okay, das war nicht so geplant. Okay. Da hat ein Deutsch was gegen uns. Wir müssen warten, bis der aufhört. Ich hör ihn noch, ich hör ihn noch, ich hör ihn noch. Jetzt hat er aufgehört. Okay, das bringt dich. Der hat so schön alles zu laden gehabt, dass es jetzt hat, was Fussball eins wird. Fress das! Fress das! So, wir haben hier einmal den Weg hier. Ich glaube, hier kommen wir aber nicht weit. Eindeutig nicht. Dann können wir vielleicht da reingehen. Oh ne, das ist zu schnell. Ah, doch, wir können sprinten. Du brennst! Bestimmt nicht gesund. Was steht da? Handle with care. Handle with care. With care. Lalalalalala. Okay. Wir nehmen uns die hier. Ah, toll. Blöder Sack. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Naja, ist ja auch egal. So. Ah! So, war das auch nicht geplant. Zumindest wieder nicht unbedingt. Ah! Okay, können wir laden. Ähm, 6, 9. So. Was? Warum landen wir denn jetzt hier? Na gut, das machen wir jetzt mal ganz schnell. Fress das! Ach, ist egal. Wir rennen da einfach rüber. Oder auch nicht. Lalalalalalalala. So. So, jetzt einer auf Fast Mover. Zack, 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 zack. Renn, 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 renn. Ich hab dich erwischt. So. Was sonst? So. So. Muss da noch irgendwo eins sein oder? So. 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 Tja, das sieht man ja, ne? Ich weiß nicht, von wo? Wo siehst du denn? Wo denn? Da hinten? Überhaupt mal gar nicht getroffen. Da ist mich. Ach, verdammt. Das wäre ein direkter Treffer gewesen. Wäre. Na, wo bist du? Wo bist du? Was halt auch schwerer gemacht ist, jetzt hier in dem Spiel, ist, wenn man erwischt wird, zieht die Waffe nach oben. Man trifft die nicht mehr. Alles ein klein wenig geil, da oben. Stirb! Blöde Mistviecher hier. Das können wir da unten schmeißen. Achtung! Ne, geht doch nicht. Schade. Pfff. Freista's. Nyaam, 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 Nyaam! Das ist das, 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 das, das ist das, das, das ist das, das